Hallo, schönen Tag! Schön, dass du wieder dabei bist bei John Franklin Art. Heute geht es wieder weiter mit der dritten, dritten, dritten Mal Speak-Fanning mit diesem Bild hier. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Seht zu, wie es entstanden ist. Seid gespannt. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie hat's dir gefallen? Schade gerne einen Kommentar. Ich würde mich freuen, wenn dir mehr von mir sehen möchtest. Hast du dir die Möglichkeit einmal Speed-Painting und noch mehr anzuschauen. oder halt mein Projekt Downsizing hier unten. Eine ganz spannende Geschichte, da habe ich meine Kunst geschrumpft ansonsten. Wenn du mehr Videos von mir sehen willst, ab de still bleiben willst, abonnier mich gern. Oder klingelt jetzt, du Pent does, dann weißt du sofort, weil dann das Video online ist, das nächste. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Dein Job Franklängen. Ciao.